Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Info-Video hier bei der ATML-Tutorial und heute möchte ich euch einmal schnell sagen, was der Genob das nächste Mal alles mitbringen wird und das ist ganz schön viel, könnt ihr euch schon mal freuen, wenn ihr noch ein paar Draken habt, denn es gibt die komplette Finster-Rüstung, dann das Finster-Herz-Fragment 1, dann legendäre, magische und außergewöhnliche Rüstung, also ein Itron davon denke ich mal immer, dann Essenzen, Rot und Schwarz, die Farben, sehr cool und dann hier noch ein paar Emotes und ein paar Kostüme, da ist mir auch ein kleiner Fail hier aufgefallen, hier, genau, da kann man noch ein Item im Hintergrund sehen, aber das ist ja egal, auf jeden Fall hier richtig, richtig geile und richtig, richtig viele Items hat der Genob, das nächste Mal dabei auch hier ein Mount, ein Pferd 480 Draken und da kann ich direkt mal hier bei mir zeigen, ich habe 60 Draken, das heißt ich werde mir dann nicht so viel kaufen können, für 60 Draken gibt es hier einfach, simple Stormball Horn, das brauche ich nicht wirklich, oder hier ein paar komische Items, blaue Essenzen, ich denke, das werde ich mir aber nicht kaufen, denn im derzeitigen Event kann ich noch hier locker 30 Draken dazukriegen, bis zu 600 Draken sind ja da insgesamt möglich und für 600 Draken gibt es hier schon das Dunkelheitsfragment für 650, eine komplette legendäre Ausrüstung für 360, also da gibt es schon jede Menge Zeug, ich finde natürlich diesen Headless Knight ziemlich chillig, weil der bestimmt cool aussieht, ich frage mich, ob das ein Kostüm ist oder ein Emote, Kostüm wäre natürlich ziemlich cool, ich habe den noch nie gesehen, vielleicht habt ihr den ja, könnt ihr mir ja eine Videoantwort posten, beziehungsweise ja, in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, war es für diesen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao